Hallo Ja Das kannst du auch in deinem Fahrtreis führen Ja, das hier Ich kann ja auch die Kante anbieten Ja, das war ja auch ganz immerhin Er schmeißt schon seinen Diesel an Weil er rechnet schon, damit bald die Zippe hochkommen Wenn er den Diesel will, kann ich nicht